Hatte, oder was? Alles klar Es ist der Geist, aber es ist egal, für die Wette zumindest. Aber wir haben eine Taschenlampe, die ist gegen den Geist halt geil Er geht nicht unsichtbar Ist er ein Noob? Man weiß es nicht Mein Neffe läuft mit meiner Schokolade weg Haha, der arme Reinig Tschau Was geht denn nach da oben? Das ist Macmillan Das ist das Macmillan anwesend. Guck mal, da hinten steht auch einer und heilt sich gerade, oder? Was macht der da? Das ist ein Rabe, lol Wie blind ich manchmal bin Ha Weiß der Killer nicht, dass er unsichtbar gehen kann? Vielleicht finde ich ja eine Karte hier, der Killer ist eh gerade mit anderen Leuten beschäftigt Kaffkonzert heute Abend Komm, gib uns irgendwas geiles Hm, ne andere Taschenlampe meip, meip meman Tztztztztztztztztztztztztztz Ja, das könnte sein, Steffi. Muss ich gleich mal am Ende drauf achten. Was ist das? Ach Mensch, ich wollte noch mal spielen, ich mag den Killer. Ach Mann, da macht schon jemand auf. Der Killer hat doch niemals nöt, oder? Frage ist halt, ob ich genug Punkte habe. Ert nöt! Das war's für heute. Oh, herrlich. Ey, der hat wirklich noch wieder No One Escapes Grants gehabt, oder was? Egal, wir haben upranked. Vector Grants. Leben am Limit, Steffi. Item verloren. Oh nein, ich hab die leer gemacht. Der Pink Leopard, ey, wirklich ein Nerd gehabt, ne? Iron Grasp, Schattenresistenz, Spione des Schattens und der hat... Wow, krass. Heftig. Ich wollte meine Taschenlampe eigentlich gar nicht kaputt machen.